LBB Junior Nochmal auf die Toilette geh'n, putz' meine Zähne dann. Als nächstes geh' ich baden, bevor ich schlafen kann. Danach zieh' ich mich an, spring' mir in mein gemütliches Bett. Dann liest man jene Geschichte, auch ein Gute-Nacht-Kuss ist nett. Hm, gute Nacht. Zieh' dir das nächste LBB Junior Video jetzt an. Für weitere tolle Videos abonniere unseren Kanal.